Zum 175. Geburtstag gratuliere ich dem CVJM ganz herzlich. Ich verbinde persönlich viele tolle menschliche Begegnungen ganz im Geiste Jesu mit dem CVJM. Und ich wünsche dem CVJM eben genau diese Jugendlichkeit, die aus der Botschaft Jesu Christi kommt. Ich sage an der Stelle Danke für tolle Indiaka-Turniere. Das fand ich natürlich immer ganz klasse, weil da kann jeder mitmachen, egal welche Sprache Mann oder auch Frau spricht. Und in dem Sinne behaltet auch dieses tolle Element der menschlichen Begegnung bei Spaß, Sport und eben in der Freizeit bei. Alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, herzlichst ihr, euer Michael Theurer.